Ahoi Leute, willkommen bei Schnappfisch auf TideTV. Am 15. Februar wählt sich Hamburg eine neue Regierung, die Bürgerschaft. Das ist auch für uns ein wichtiges Ereignis, denn zum einen wirkt sich die Hamburger Politik direkt auf unseren Alltag aus, zum anderen darf ich aber auch schon selbst wählen, weil ich über 16 bin. Ein Überblick darüber, was im Rathaus gerade los ist, geben euch heute die achten Klassen des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Sie haben wochenlang recherchiert, gedreht und dieses Politik-Special produziert. Dabei haben die Schüler auch Politiker aus Hamburg getroffen. Die CDU zum Beispiel ist gerade mit einem Infobus in der Stadt unterwegs, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen. Schauen wir uns das doch mal an. Wir haben überlegt, wie kann man möglichst mit den Menschen ins Gespräch kommen. Und bei dem schlechten Wetter ist so ein überdachter Informationsstand ganz praktisch. Und deswegen haben wir gesagt, wir fahren durch die ganze Stadt mit dem Bus, weil ich möchte, dass viele Hamburgerinnen und Hamburger mich kennenlernen können. Die finde ich sehr gut, es gefällt mir. Ist also auffällig und ist auch originell. Und ist auch ein schöner Punkt, um hier irgendwie mit ihm zu reden und zu kommunizieren. Finde ich also gelungen. Ich weiß nicht so recht. Er könnte auch mit den Öffentlichen kommen, das wäre ein bisschen sympathischer, ehrlich gesagt. Ja, ich habe schon mit 16 angefangen an der Schule. Damals haben wir uns sehr geärgert über die Regierung und sind aktiv geworden. Also, wir haben da manches zu kritisieren. Ich finde, Hamburg ist toll, aber wir dürfen nicht selbstzufrieden werden. Und wir müssen wieder mehr tun für Arbeitsplätze, für die Wirtschaft, aber auch für die Sicherheit in der Stadt. Das sind wichtige Themen und natürlich auch für den Verkehr. Also, das eine ist, dass wir dafür sorgen wollen, dass die Qualität in den Schulen besser wird. Wir wollen dafür sorgen, dass der Verkehr in Hamburg wieder fließt. Und wir wollen mehr tun, damit wir gute Jobs, gute Arbeitsplätze auch für die Zukunft haben. Denn der Wohlstand muss ja jeden Tag neu erarbeitet werden. Wir sind ja viel zu schön aus. Dankeschön. Oh, vielen Dank. Dankeschön.